Ein Haus, drei Wohnungen, drei Teams. Wer baut am besten um? Packen wir oder holen wir uns das mal aparte? In sieben Wochen müssen diese drei Wohnungen verkaufsbereit sein. Zeitrand. Abreissen, renovieren, dekorieren. Die Teams können alles selber machen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Oder sie rufen die Profis. Ich bin richtig am Arsch. Man hat sicher den Gipser aufbieten. Hauptsache das Budget wird eingehalten. Ihre Arbeit wird von einer Expertenrunde bewertet. Das ist verschlimmbessert worden. Wer am meisten Punkte absahnt, nimmt den kompletten Verkaufsgewinn mit nach Hause. Das ist unsere Challenge.